Hallo und herzlich willkommen bei Muster Twister. Heute machen wir das Äffchen auf der Palme. Wir brauchen dafür zwei grüne Ballons für die Palmblätter, einen Braun für den Stamm und einen schwarzen für den Affen. Wir fangen an mit einem grünen Ballon, der hat ein Ende von einem Finger und wir knoten die Ballons einfach zusammen. Jetzt brauchen wir die Mitte von dem Ballon, ziehen wir einmal, kommt vom anderen Ende und verdreht. So, den tun wir erstmal zur Seite. Der zweite Ballon ist genauso aufgepumpt. Mit dem machen wir jetzt das Gleiche. Einmal verknoten. Und wir finden wieder die Mitte heraus, pumpen gegenüber dem Ende und verdreht. Jetzt müssen wir die beiden Ballons so zusammenlegen. Jetzt messen wir 8 Finger ab und verdrehen hier. Das Gleiche machen wir jetzt mit jedem Blatt. Immer 8 Finger messen. 8 Finger Und schon sind unsere Palmblätter fertig. Jetzt machen wir mit dem Stamm weiter. Wir haben einen braunen Ballon, der ist fast ganz aufgepumpt. Das Ende drücken wir durch. Machen wir eine 2 Finger Blase. Die muss jetzt hier dran. Dann dicken wir den braunen Ballon einfach einmal um die Palmblätter. So, die Palme, die könnt ihr jetzt natürlich so lang machen wie ihr wollt. Ich halbiere den Ballon immer ganz gerne. Die Größe gefällt mir. Mal abreißen. So, die Palme an sich ist fertig. Jetzt machen wir das Äffchen da drauf. Da haben wir ein Ende von 6 Fingern. Ich fange mit einer 3 Finger Blase an. So. Eine 2 Finger Blase. Die wird jetzt verdreht. Hier. Hier mal wieder eine 3 Finger Blase. Hier. Eine 2 Finger Blase. Die verdrehen wir wieder. Und jetzt müssen die beiden 2 Finger Blasen. Die müssen wir jetzt hier verdrehen. Dass Kraft und schon haben wir ein Affenköpfchen dann machen wir weiter mit der Zwei-Finger-Blase dann sechs Finger noch eine Sechs-Finger-Blase eine Vier-Finger-Blase dann wieder eine Sechs-Finger-Blase jetzt kommen wir zurück, wieder eine Sechs-Finger-Blase und verdreht restliche Luft drücken wir hier rein jetzt drehen wir den ganzen Affenschwanz noch ein bisschen jetzt müssen wir den Affen nur noch auf unsere Palme auffädeln und fertig ist unser Äpfchen auf der Palme so viel Spaß damit und Erfolg beim Nachmachen Tschüss bis zum nächsten Mal Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020